Das Tor nach Sektor 7 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 Eine Sackgasse Mist Versuchen wir es da Ziemlich gefährlich Aber nichts, womit wir nicht fertig werden Das Tor nach Sektor 7 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 Dann mal los Dann mal los Dann mal los Das Tor nach Sektor 7 Das Tor nach Sektor 7 Das Tor nach Sektor 7 Nimm das Das Tor nach Sektor 7 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 Glückwunsch! Da staunst du, was? Jetzt wird aufgerollt. Verfiss! Verfiss! Das war's dann! Jawoll! Zieh! Nicht so schnell! Wenn ihr hier durch wollt, ist Big Zoll erliebt! Du bist es! Kennst du ihn? Lüb nicht! Klar, Champion! Was? Zwar! Shit! Da staunst du! Da! Los! Let's go! Weiter geht's! Ich bin hier! Oh! 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 Das war's dann. Malerknitzen! Gewonnen! Sehr gut, weiter so! Da! Seht mal! Oh, freche Luft. Habt beinahe etwas Angst, was uns in Sektor 7 für einen Anblick erwarten könnte. Tiefer! Gehen wir! Was meinst du? Können wir hier durch? Nee, da soll's viele Kreaturen geben. Oh! 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 Du lebst! Mehr oder weniger. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das gibt mir Hoffnung für die anderen. Die Sorgen hören nicht auf. Wenigstens lebe ich noch. Ich muss mich jetzt nützlich machen. Unterwegs nach Sektor 7? Ja. Missen nach etwas so hin. Verstehe. Viel habe ich nicht im Angebot. Aber sieh dich um. Ich beiß mich auch weiter durch. Wer weiß, was kommt. Man ist besser gut vorbereitet. Schön aufpassen da draußen. Was ist denn? Ja, ich habe ihn nicht gemacht. Ich will meine Familie zurück. Ab hier, klettern wir hoch. Endlich wieder frische Luft kommen. Verdammt! Warum musst du das geschehen? Komm, nur noch ein bisschen. Da vorne ist schon Sektor 6. Und was ist mit Mama? Unser ganzes Leben ist in Sektor 7. Aber wenigstens leben wir noch. Und jetzt komm, weiter. Du hättest mich in den Trümmern zurücklassen sollen. Sag doch nicht sowas! Wir haben uns bisher immer irgendwie durchgeschlagen. Da hast du recht. Viel Geld hatten wir eben. Schon wieder? Und das Haus? Das war näher als vorhin. Hey! Ist da irgendjemand, der Hilfe braucht? Alles weg. Nicht aufgeben! Weiter! Ja! Das ist zu schwer! Wir helfen euch! Mama! Ihr seid es! Auf drei! Eins, zwei... Au roomie! Ah! Oh! Mein Glück... Vielen Dank! Zum Glück ist euch nichts passiert. Was habt ihr jetzt vor? Tja, wir werden sehen, wo wir helfen können. Habt ihr schon nach der Bar gesehen? Nein. Geht doch zuerst dorthin. Ja. Zuerst zur Bar. Und dann sehen wir weiter. Aber Vorsicht! Es liegt überall Schutt rum. Also passt gut auf, wo ihr hintretet. Hey! Deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass Marlene wohl auf ist. Ist hier noch jemand? Hallo! Wir sind hier, um euch zu retten! Antwortet, wenn ihr uns hören könnt! Sind hier noch irgendwelche Überlebende? Hallo! Tifa! Tifa! Vector! Scheiße! Die gehört Wedge! Was? Hinterher! Auf drei! Eins! Zwei! Ist das hier Wedges zu Hause? Hey! Schon unterwegs! Nur noch einen Moment! Ihr stinkt's nach, Shinra! Wedge? Wedge! Oah! Ausgerechnet jetzt! Oah! 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 Halt durch. Das muss auch eine Einrichtung von Schiena sein. Du brichst dein letztes Gebiet! Ha, schon erledigt. Jetzt zeig ich mich von meiner besten Seite. Das muss ich! Da also! Da also! Du schaffst es ab! Das wäre geschafft! Jetzt zeig ich mich von meiner besten Seite. Schluss mit lustig! Ha, schon erledigt. Auf die Zwölf! Wie haben die den Bau hier unten geheim gehalten? Wir stehen mit allem und jedem hier auf! Wer? Nicht nachlassen! Genau wie geplant! Das wäre geschafft! Wie tief in der Erde haben dieser Schimmerschwein hier nicht vergaten! Jetzt zeig ich mich von meiner besten Seite! Geschafft! Feierabschuss! Jetzt zu! Der bloß ergebnis nicht! Ich bin der Schlecker nicht mehr als Sieg! Ha, schon erledigt. Darauf! Jetzt zeig ich mich meiner besten Söchter! Jawohl! Sieg! Jetzt zeig ich mich meiner besten Söchter! Ich bin dein letztes Gebet! Auf die Fälle! Böhm! 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 Auf die Fälle! Oben Schimmre, unten Schimmre! Ich werde sie mit Stumpf und Stil aushorten. Tifa! Hey, Tifa! Barrett! Alles okay? Denkt uns gar nicht! Hier muss irgendwo ein Netz sein! Du musst es zerstören! Verlass dich drauf! Nimm das! Das kommt nicht! Das war's! 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 Das war's!